Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP 6.1 mit der Reichsplananlage und ich werde mich heute mal ein bisschen weiter um den Güterbereich kümmern. So den Gleisplan habe ich natürlich auch schon bereits wieder aufgerufen und den zweiten Monitor. Das heißt jetzt erst mal ein wildes Verlegen von Gleisen. Das heißt das hier wird verlängert, geht rüber. Da brauche ich eine Gleisharfe, weil ich kann noch ein oder zwei Gleisen noch dazwischen basteln. Der Gleisabstand hier dürfte eigentlich ausreichend sein. Ich probiere es mal kurz durch. Also ein Gleis kommt noch dazwischen. Passt dazwischen. Ansonsten wird es ganz schnell. Blöd. Die werde ich auch mit 500er Radien arbeiten. Oder? Ne. Moment mal. Du wandst mal hier rüber. Und. Dann bedarf es einer. So was hier. So einer doppelten Kreuzungsweiche. Die werde ich ja auch noch einbasteln. Zuerst brauche ich eine Gleisharfe. Anzahl 3, sagen wir mal 4, 4,5, 4,1 und 500. Die gesamten Gleiser kann ich eigentlich erstmal wegbauen. Weil hier sowieso noch andere Gleiser dazukommen. Das Gleis hier wird noch verlängert. Damit das dann auch mit dem Gleis, was hier dann kommt, auch bündig abschließt. Dafür muss ich mindestens sagen wir mal 40 Meter dürfen. Wenn ich sogar noch mehr sein. Ich sag erstmal 55. Ich bin schon mal auf der richtigen Spur. 57 dürfte eigentlich schon zu viel sein, oder? Nö. Ich hab's nur halbiert. 59? Sagen wir jetzt nicht, dass ihr die Standard Gleislänge 60 Meter ist. Hätte mich auch gewundert. 59,5. Dürfte wiederum exakt passen. So jetzt vermisse ich die Funktion, dass ich einfach dann rechtsklick und dann das Umwandeln in eine Weiche. 2 Wege Weiche, 3 Weg Weichen. Zumindest so wie sie hier in EPIC eingebaut sind, werden nur sehr wenig verwendet. Weil man kann niemals so drei Gleise aus einem Stück rausnehmen. Aber an einem Ort vielleicht rausnehmen. Das mag vielleicht mit ein paar speziellen Gleisen gehen. Aber ansonsten, ne. Obwohl. Wo hab ich denn das Ding? Wo hab ich's? 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 Ich hab hier erstmal die größte, größte oder zweitgrößte Eisenbahnfähre der Welt hier in EP. Ok. Und. Moment. Muss ich mir gleich jetzt mal aufschreiben. Nächste Ansage. Eventuell. Fährhafen. Hauptsache das ist das Kalid nicht so wie in Kalee im Aubertragsmann Auto 2. Was immer noch so schlimm ist. Ach das ist ja auch mal interessant. Hier wird das... Hier muss ich mal kurz was noch machen. Und zwar das Kleist hier rüber setzen. Und ein unsichtbares Kleist dort hinsetzen. Das hat nämlich einen bestimmten Grund. Weil hier das Ausfahrsignal steht im Gegengleis. Also auf der anderen Gleisseite meinte ich eigentlich. Und da muss ich dann mit einem... Muss ich dann ein Schachbrett aufstellen. Gibt's ja diese Schachbretttafeln nennen die sich ja. Das sind spezielle Signaltafeln welche dann anzeigen, dass ein Ausfahrsignal im Gegengleis steht. Kann man das eigentlich so im Bereich eines Bahnhofes so sagen? Hm. Eigentlich könnte man das so sagen. Also hier bin ich mir jetzt gerade etwas nicht. Das hat mich gerade auch ein bisschen... Ja. Ins Krübeln gebracht. Äh. Versteckt. Und versteckt. Und versteckt. Also ich sag's mal so. In vielen größeren Bahnhöfern Ostdeutschland findet man wirklich viele doppelte Kreuzungsweichen. Also da hat man durchaus häufig auf solche Teile zurückgegriffen. So und hier kommt schon bereits der nächste Abzweig rein. Könnte man eigentlich auch auf 60 kmh runter setzen. Hm. Na gut. Ich muss ja dann sowieso zu sehen wie ich das alles verkabelt kriege. So. 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 jetzt passt. so. 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 außersignal einmal noch kurz vor der wende ungefähr würde ich jetzt mal zeitmäßig vermuten heißt da passt das nicht ich habe einen fehler eingebaut so alles noch um 30 meter nach vorne rücken irgendwo habe ich noch ein fehler drin jetzt aber jetzt passt das erst mal und hier drüben werden dann noch auf weiße gleise entstehen heißt hier zeigt noch was ab hier gibt es noch eine parallelverbindung rüber das noch mal abzweigende gleise ein komplettes dampflok bw also ich werde wahrscheinlich die komplette anlagen breit ausnutzen beziehungsweise ausnutzen müssen so gut dann speichere ich erst mal und in diesem sinne war es das erst mal von dieser folge ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge von eepp so